Hallo, schönen guten Abend. Jetzt geht es zur Documenta 15. Da findet jetzt die Abschlussparty statt. Schauen wir mal das alles. So wird, wie ich es mir vorstelle. Ja, ich bin ja schade. Es war Leben hier in Kassel. Bis später. Liebe von unserem Oberbürgermeister Christian Geselle. Für die Documenta 15. Als Vorsitzender Dokumenta ist auch Dank gesagt. Danke dem Team der Documenta für 100 Tage Kunst und Kultur. Das ist im Nabel der Welt hier in Kassel. Diesen Dank. Liebe Documenta-Freundinnen, Documenta-Freunde, hätten wir uns auch zu Beginn zu eröffnen, der Documenta schon sehr deutlich auch von der Politik aus Berlin gewünscht. Und ich warte bis heute noch auf den Dach. Ich will seinen Namen geltend machen und hier rüber bringen vor Ihnen allen. Ich habe Sie heute Abend eingeladen. Sie ist aus anderen Gründen nicht gekommen, aber ich möchte ein herzliches Danke sagen an Dr. Sabine Schormann. Liebe Sabine, danke. Das ist auch dein Verdienst. Ich bin aber ebenso dankbar, dass Alexander Fahrenholz dann an einem Punkt übernommen hat. Und deswegen auch ein herzliches Dankeschön an Alexander Fahrenholz, dass er die Documenta als Geschäftsführer zu Ende geführt hat. Danke, lieber Alexander. Das ist nochmal eine Documenta, und das gehört heute Abend auch hierher, der gemischten Gefühle. Wir mussten alle gemeinsam viel aushalten. Es wurde viel diskutiert und man hatte mitunter das Gefühl, dass Politik in diesem Land und dass auch Medien und der ein oder andere, der sich geäußert hat, Maß und Mitte, bei allem Respekt vor Verletzungen und bei aller klaren Botschaft, dass Kassel weder antisemitisch noch rassistisch ist, aber Maß und Mitte in der Diskussion in diesem Land verloren hat. Der Menschen, die aus dem globalen Süden zu uns gekommen sind und auch deren Geschichte, gerade mit Blick auf die Erlebnisse in Indonesien, müssen wir offen gegenüberstehen und gemeinsam diskutieren und verstehen. Das ist unser Auftrag. Aber eines verspreche ich jetzt schon an dieser Stelle, das gleich gelesen, die Documenta bleibt in Kassel. Das ist unser gemeinsamer Wunsch und unser Wille. Jetzt hier vorne im Bild die Macher von der Documenta 157, und das Künstlerkollektiv Ferringrading. Die haben ja diese Dokumente veranstaltet. Ich stand hier auf so einer Säule, damit ich auch gut filmen konnte, aber ich war manchen Fotografen im Weg. Ihr werdet dann auch hören, dass da einer schreit, weg da. Aber ich bin natürlich nicht weggegangen, weil das ist ein möglicher Platz. Und das ist für alle da. Ich freue mich, wenn ich in diesen Aufnahmen, die Stimmung euch transportieren kann. Es war eine grandiose Atmosphäre. Und verzeiht mir, dass ich immer mal so hin und her schwenke, weil ich wollte mich jetzt nicht einfach nur so statisch fühlen. Da schreit jetzt gerade dieser Fotograf, Bekannte aus Kassel, Harry Sorensky. Also geht gar nicht so ein Anschreien. Fand ich nicht gut. Toll fände ich ja, wenn viel mehr Frauen filmen. Denn ich war womit die Einzige unter den ganzen Fotografen. Also ich habe keine Frau entdeckt. Ich frau mich das einfach. Hier vorne die dankbaren Boan Gruber, die sich bei Kassel bedanken. Einfach auch eine schöne Geste, so eine Verbeugung. Ach, es war toll. Ich finde es schade, dass dieses Moment da so ist. mit Ihren Helden es nicht möglich ist, zu tun, was ohne Dinge zu tun. Und zuerst, wir begrüßen die Vegeterinnen, und die Kassel, die wirklich lieben uns. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. The artists and the collectives, Longbong will continue. Hello? 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 Vielen Dank.